Mit dem Audi A8 wird Komfort individuell. Er lädt ihr persönliches Profil, selbst wenn zwischenzeitlich jemand anderes gefahren ist. Die Oberfläche ist klar strukturiert. Die Bedienung erfolgt direkt auf dem Display. Nicht nur durch Berühren, sondern auch durch richtiges Drücken. Dank der MMI-Touch-Response-Technologie mit haptischem und akustischem Feedback wissen Sie, was auf dem Display passiert, selbst wenn Ihr Blick dabei auf die Straße gerichtet ist. Mit Hilfe intelligenter Vorschläge hilft Ihnen der Audi A8, Ihr Ziel noch schneller zu finden. Das MMI-System zeigt Ihnen auf Basis Ihrer Eingabe, Ihres Adressbuchs oder der letzten Ziele Ihre Ergebnisliste an und berücksichtigt zudem Ihren Standort. Wo auch immer Sie sich gerade im Menü befinden. Der Audi A8 hört Ihnen zu. Sprechen Sie direkt und ohne festgelegte Kommandos. Lassen Sie das MMI-System die Informationen suchen, die Sie gerade brauchen. Nutzen Sie die Sprachbedienung, um beispielsweise europaweit zu navigieren. Das Audi MMI bietet Ihnen viele Möglichkeiten, den Audi A8 individuell auf Sie einzustellen. Der Formbereich bietet Platz für Arbeit, Unterhaltung und Entspannung. Bestimmen Sie mit der Rear Seat Remote über Beleuchtung, Temperatur, Schalosien und viele weitere Funktionen. Nutzen Sie die Videotelefonie, schauen Sie Ihre Lieblingsfilme oder verwenden Sie bevorzugte Apps auf dem Audi Tablet. Der Audi A8 L bietet Raum zur Entfaltung. Inklusive Massage für Rücken und Füße. Was Sie auch wählen, es liegt in Ihrer Hand. Machen Sie den Audi A8 zu Ihrem persönlichen Begleiter und laden Sie auch Ihre Familie und Freunde ein. Nutzen Sie den Audi Connect Schlüssel über myAudi und teilen Sie nicht nur Ihren Audi A8, sondern auch Ihren Fahrspaß.